Die Familie Güble wohnt schon seit 16 Jahren in der Wohnung in der Lausitzer Straße ab. Der neue Eigentümer André Franel erhöhte massiv die Mieten, als er das Haus kaufte, um die Mieter loszuwerden und teurer zu vermieten. Die Familie Güble klagte, aber alle Gerichte entschieden gegen die Familie. Der Eigentümer konnte wegen eines Fristversäumnisses eine Räumungsklage durchsetzen. Gerichte, Polizei und Politik sind auf Seiten der Besitzenden und Eigentümer. Die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter sind ihnen egal, scheißegal. Dagegen können wir uns gemeinsam wehren. Kommt zur Blockade der Zwangsräumung am Donnerstag den 14. Februar um 7 Uhr in die Lausitzer Straße ab. Tschüssi Merhaba komşular, Perşembe günü 14. Februar um 8 Uhr in der Lausitzer Straße proposing, 16 Jahre alt und haben, für die O-Mann des Gülbol und 3 Kinder, die ihr in drei Kinder und drei Kinder arbeiten, zusammen am 4 Einzelnen der O-Mann auf der O-Mann des Gülbol, die drei Kinder und drei Kinder leben und vier unter den O-Mann-O-W-D-U-D-A-R-E-D-A-N. An einem neuen alten Gülbol und drei Kinder, der O-Mann der O-Mann des Gründen Die Kiracilere hochwertige Kira-Fiat-Lar für die Kiracil ist. Andre Fresnel Yılmayıp Gülbol Ailesi'ne Yasal Yolları da Elde Etmiş Bulmakta Ali Gülbol Bütün yasal kapılarına Başvurmuş Ama maalesef Akker'nin Bulacağı devlet mahkemesinde de Yasa yine Fırsatçıların yanında durmuştur. Bu durumda Gülbol Ailesi'nin Evleri tahliye edilmesi İstenmiştir. Politika, mahkemeler ve polisler Hep Andre Fresnel gibi Kapitalistlerin yanındadır. Bu haksızlara Taşı birlik olalım Ve sokaklarda hakkımızı arayalım.